Erstmal einfach Brogan. Der Ball hat mies. Und weißt du schon, was du willst? Ich weiß schon, was ich wähle. Und Bruder Ju, was hast du gewählt? Ähm, ich hab's vergessen. Wie kann man seine wichtigste Entscheidung vergessen? Ich weiß nicht, ich war damals 10. Boah, die letzte Packungskitzel, ich freu mich schon. Herr damit. Hey! Heul doch nicht. Gib die zurück. Ich hab ja gewählt, dass ich Arzt bin und du hast eh nur Scheiße bekommen. Deswegen hab ich auch nicht auf diese Süßigkeiten. Du weißt wohl gar nicht, was ich gewählt hab. Auf jeden Fall nix Gutes. Ah! Chine, wenn du einmal ein Krankenhaus landest, dann behandle ich dich nicht. Bruder Ju, heute finden wir heraus, dass wir werden. Wie, heute schon? Wenn ich fragen darf, was hast du denn gewählt? Ähm, das war bestimmt was Gutes. Bruder Ju, einmal nach vorn. Jetzt kommt's drauf an. Und was hast du gewählt? Ich weiß es nicht. Okay, wir scannen erst mal deinen Daumen. Alles klar. Sehr, sehr komisch. Polizei nimmt hier fest.